Ihre Mappe können Sie mit den unterschiedlichsten Verschlüssen versehen, zum Beispiel mit einem Gummibandverschluss. Dieser kann auch der Optik Ihrer Mappe angepasst werden, so gibt es ihn in unterschiedlichen Farben. Oder Sie entscheiden sich für einen Steckverschluss. Durch eine Ausstanzung kann der Verschluss ganz einfach eingesteckt werden. Entsprechend Ihren Wünschen bieten wir Ihnen unterschiedliche Stanzformen für Ihren Verschluss an. Ein komplett anderer Verschluss ist dieser Klettverschluss. Er hält Ihre Mappe sicher zusammen. Auch ein Magnetverschluss wäre denkbar. Für zusätzliche Ausstattungen oder unterschiedliche Materialien und Formate klicken Sie ganz einfach auf das dementsprechende Kategorie-Video.